prism soccer box nummer fünf random erst mal wer welche gruppen kriegt also wie mich die liste durch der gruppen wie oft neun mal neun mal mich die listen durch hier sind die gruppen die gruppen liste und hier sind die teilnehmer und zwar plötschke dirty-thirty dreimal chief for jensen button aus dem forum at pick 6 und zweimal chief rock die bleibt gleich die liste mich noch durch neun mal hier we go one gruppe f on top gruppe d bar two three four five six seven eight und dann erstmal für die kanale nein gruppe d on top gruppe h also plötschke bekommen gruppe d dirty-thirty kriegt gruppe g chief for gruppe bfc jensen button gruppe e chief for gruppe a und h das sind die gruppen für den break kann sich jeder noch mal angucken damit er weiß was er hat okay okay i'm coming to break suck a prism box nummer fünf here we go hier we go die base lese ich nicht nur die insel cop captains claudio bravo cop captains für chile claudio bravo und autogram frank lampert für england england gruppe d gruppe ds pluske frank lampert auto wow nice it's not number right not number not number portugal prism oh number 25 green png portugal auf 25 26 25 portugal und gruppe g sport net finders ist karim benzema lukas podolski for germany franz 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 Netfinders, Didier Drogba, Ivory Coast, World Cup Stars, Portugal, Nani, Prism, Prism, Combarov, Russia, Russland, Guardians, Begovic, Bosnien-Herzegovina, Uruguay, Diego Forlan, And for Croatia, for the Schweiz, Switzerland, Seperovich, Switzerland, Group E, Samuel Leto and Tiago Silva, Brazil and Cameroon, Group A, And Uruguay, Prism, Uruguay, Group D, Mexico, Group A, Prism, not numbered, Four Packs left, Arjen Robben, Prism, Netherlands, World Cup Stars, Spain, David Silva, Prism, Nice, two packs, Arjen Robben, Prism, Netherlands, nice, not numbered, And the last pack, Eden Hazard and Alexander Kokorini, Matchups, Belgium and Russia, one group, Group H, And that's it, thanks for the break, thanks for joining.